Hallo zusammen, wir sind Dan und Jule und wir stellen euch heute den Baerbohr Country Parcours Ammerbow in Oberammergau am Kolbensattel vor. Für alle, die nur den Laver- und Pürschling Parcours schießen möchten, können direkt in die Gondel steigen und für den Rest geht's dann gleich unten los. Zahlen könnt ihr bei Florian vor Ort oder wie immer unter www.baerbohr-products.com Bereits am Einschießplatz erwartet euch eine große Vielfalt von Möglichkeiten, die Schnelllust auf mehr machen. Hier sind die Aufstiegshilfen gut zu sehen, um reibungslos von einem Ziel zum nächsten zu gelangen. Ich persönlich finde hier die fantasievollen 3D-Ziele am coolsten, habe ich so zuvor noch nicht gesehen und hat mir viel Spaß gemacht, sie alle auszuprobieren. Das kann ich absolut bestätigen. Die besondere Auswahl der Ziele finde auch ich sehr ansprechend. Eine weitere Besonderheit ist die detaillierte Beschreibung. Schilderung, die keinerlei Fragen offen lässt. Und das letzte Ziel hier, der Meisterschuss von oben auf die Bergrotten. Und auf geht's zur nächsten Parcours-Runde. Da hier die verschiedenen Parcours alle zusammenhängen und doch in sich geschlossen sind, kann man hier locker einen ganzen Tag verbringen. Oder nur ein paar Stunden, indem man sich einfach seinen gewünschten Parcours raussucht und direkt loslegt. Übrigens kleiner Tipp für alle, die auf dem Berg wollen, festes Schuhwerk nicht vergessen. Ob Nah- oder Weitschuss, ob traditionell oder Fantasy-Ziele, im Baerbock Country Parcours Ammerbow ist für jeden Geschmack etwas dabei. Bei meinem Highlight habe ich mich ehrlich gesagt schon fleißig Pfeile suchen sehen. Aber dann doch gleich zwei Volltreffer. Florian hat uns den Tag über begleitet, wobei wir uns sehr wohl gefühlt haben und wir freuen uns schon jetzt aufs nächste Wiedersehen. Für uns war der Besuch auf dem Baerbock Country Parcours Ammerbow ein rundum gelungener Tag. Viel Spaß, lasst die Pfeile fliegen, euer Dan und eure Jule. Wir sehen uns beim nächsten Mal.